Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Ja, aber nicht zusammen. Ja, komm, aber das bisschen. Es ist wohl nämlich anscheinend einfacher, dass wir erstmal alleine zu einem Leuchtfeuer laufen und uns da dann treffen. Dann tun wir das jetzt auch. Ja, das ist wirklich einfacher. Ich vertraue dir einfach mal. Dazu muss ich erstmal zu dieser Brücke da runter. Könnte ich hier einfach runter? Nein, töte mich nicht. Töte sie. Ich hasse das. Jetzt muss ich erst wieder hochrennen. Kommt schon. Ja, 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 ja. Genau das wollte ich. So. Ich als Magier hab hier total verkackt. Ich als Journalist. Okay. Bist du schon bei der Brücke? Ja. Okay. Ich töte aber noch die Gegner, die auf mich zugerannt kommen. Ich ja auch. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. So. Sag mal, hast du heute einen Clown gefruchtet, oder was? Nee, ich spreche nur Zitate. Das war gerade aus FamilyGeld. Ah, ja. Ja, wir lassen, ne? Oh, scheiße. So, können wir erstmal wieder zurück? Hui, das war knapp. Ach, guck mal, da lag noch was. Und dann hier rein. Aber so weit bin ich noch nicht. Da ist der Typ. Ja, ich so. Heiligtum ist da. Meinst du diese Tür hier? Ja, genau. Okay. So, ich so. Das ist doch verrückt. Die wegen Heiligtums. Den haben wir mal aufgesammelt bei diesen komischen, äh, skelettartigen Wesen. Das ist gut, dass du mir das gesagt hast, äh, gerade gezeigt hast. Meinst du dieses komische Wesen, was da an dieser Tür hing? Oder in diesem Raum? Da war so ein komisches Vieh, das hing doch an der Wand, oder? Hä? Nee. Oh, oh. Okay. Dann lass es nicht. Ey, hier sind so viele Kisten. In einer ist bestimmt eine Falle, oder? Oder ein Mimic, oder? Guck doch nach! Hier haben wir schon mal kein Mimic. So, das erste Vieh ist auf jeden Fall besiegt. Nee, von den Dingern, wo man erst sterblich machen muss. Ach so. Mach halt doch auf, du... Okay, das ist auch keiner. Puh! Blitzklauenring. So. Okay, getrocknete Wurzel. Ach ja, ist das schön. Wieder eine getrocknete Wurzel. Was machen wir mit denen? Äh, ich glaube, die sind nur für mich gut. Mit Magie-Wiederherstellung. Wenn mich nicht alles täuscht. Und wieder eine getrocknete Wurzel. Okay, ach, da ist eine Leiter. Da geht's hoch. Ja. Ich wollte jetzt gerade schon fragen, ob hier wieder irgendwo ein versteckter Weg ist. Vielleicht. Den ich erst mit X freilegen muss. So, wo sind wir denn hier? An einer anderen Leiter. Moment, was steht da? Leuchtfeuer voraus. Glück. Ah, das ist ja nett. Können wir synchron klettern gerade. Ja, nur dass ich schon eine Etage weiter oben bin. Echt? Danke. Ich höre so komisches Gewurzel. Ja, das will ich auch. Ich mag das nicht. Geh weg. Ah ja. Dann haben wir noch eine Truhe. Aua, böses Ding, du. Was Interessantes drin? Heiligtum-Schild. Aha. Du hast die Truhe gerade gefunden. Oben. Ah, du bist ganz oben hin. Ja. Da, Heiligtum-Schild. Ist das besser? Ach, das ist mein Schild. Ach, ist ja schön. Aha. Ich lasse es lieber erstmal. Nee, das ist ein Schild. Das hat einen Spezialeffekt. Ach, schön. Weil mit diesem Schild... Das hat eine ultrahohe Magieabwehr. Und man kann Magien sowohl als auch Pyromant... Ach, äh, Zaubereien damit. Zaubereien und Hexereien kann man damit schießen. So, jetzt. Aha. Äh, was müssen wir tun? Und ich habe keine Ahnung, wie was das ist, aber hier kann man ein Feuer entzünden. Das sich grundsätzlich immer entzündet, aber ich weiß halt nicht, für was. Dann mache ich das halt auch, ne? Was du kannst, kann ich auch. So. Guck, Feuer. Feuer, und da müssen wir wieder runter? Da müssen wir wieder runter. Wo ist denn das Leuchtfeuer? Ja, das ist hier in diesem Gang. Da hinten. Ach so. Entlong. Na gut. Wollen wir da aber langlaufen? Ja, genau. Einschlag. Das wusste ich noch. Äh, shit. Das, äh, was ist denn das für ein komisches Gas? Na, du blödes Arsch. Das macht deine Rüstung kaputt. Ja. Und deine, alles was du trägst, macht das kaputt. Aber ich habe den kaputt gemacht. Ja, dann pass auf da vorne. Pass auf da vorne. Der ist auch nur so ganz unfair, direkt vom Leuchtfeuer. Ja, was sonst? Okay, komm erst mal runter hier von der... Das, was er bei dir gerade benutzt hat, hat er bei mir auch benutzt. Und das hindert dich da dran, dich zu heilen. Ich kann mich jetzt nicht heilen? Du kannst dich währenddessen der Effekt ist, nicht heilen. Das siehst du unten, äh, an deinen Essnussflakken hast. Gehen die Steine auch nicht? Nee, du kannst dich im Moment nicht heilen, außer du benutzt ein Wunder. Ich brauche kein Wunder. Da ist der schon tot hier, der Kollege. Doch, meiner ist tot. Meiner auch. Ja. Und da ist das Leuchtfeuer. Ich war auch schon am Leuchtfeuer. Hui. Ja, ist ja schön. Und hier treffen wir uns dann wieder, oder? Hier treffen wir uns dann demnächst wieder. Aber, unser Part ist noch ein bisschen arg. Ja, ich habe jetzt eigentlich angenommen, dass wir so cutten, und dann, ich weiß, aber mir ist gerade noch was eingefallen, was ich eventuell gerne mal einsacken würde. Hm, dann mach das. Dann kann ich ja cutten, und dann kann ich dran schneiden, wenn wir. Ja, hier ist schlecht, wenn du das hier dran schneidest, weil, dieser Weg ein bisschen länger ist. Du kannst den, den Fahrstuhl aktivieren. Indem ich das Ding hier haue? Ja. Das habe ich bei mir auch noch nicht gemacht. Das will ich aber noch tun. So. Wo führt denn der hin? Müssen wir da weiter dann demnächst? Oder, ist das nur eine Abkürzung? Für irgendwas? Müsst du sehen. Boah. Ich will wenigstens den Part mit ein bisschen Smalltalk füllen. Ja, ich muss aber mich gerade hier konzentrieren. Ach, kennst du das Spiel in- und auswendig, oder? Das ist noch ein Ebel. So. Konzentrieren sagten. Dann gucke ich das wenigstens die 10 Minuten vorgekriegt. Gucke ich mal. Den hätten wir getötet. Irgendwas an meiner Ausrüstung innen kann. Dann kommt der als nächstes. Dann kommt der als nächstes. Ach, ich bin das halt so schwer. Mist. Ja, dann guck doch, ob du was ändern kannst. Toll. Das habe ich gerade selbst meine Falle aktiviert. Ist natürlich schlecht. Ja, es hat mich nämlich fast dahin gerafft. Das Schild ist auch zu schwer. Stirb! Aua! Ist dieses Heiligtum-Schild, was du hast, gut für mich? Du kannst es als Zweitschild zum Beispiel anlegen, falls ein Gegner mal auf dich zukommt, der mit Magie schießt. Wobei ich nicht weiß, wie das bei dir ist mit Magie. Was dein Schild für ein, für eine Magie-Abwehr hat. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Das ist rechts das Zweite. Ich kann es sowieso nicht benutzen. Ich kann mit aktuellen Attributen nicht effektiv benutzt werden. Oh, ja. Dann hast du Pech. Entstanden, ja. Was brauche ich? Ach, ich brauche wieder Intelligenz. Ja. Ich bin einfach zu dumm. Ja, es stimmt. Nicht nur im Spiel. Ja, ja. Wusste ich, dass sowas kommt. Weil du mich kennst. Ja. Na gut, dann werde ich bei meinem Part schon mal langsam zu einem Ende kommen. Ist zwar ein bisschen kürzerer Part jetzt, aber macht ja nichts. Dafür geht es im nächsten Teil dann wieder mächtig ab. Und dann auch zu zweit. Ja. Deswegen sage ich schon mal ciao. Und wenn ihr noch wissen wollt, wie es hier nach weitergeht, dann könnt ihr auch gerne bei Errein gucken. Weil sie metzt sich da gerade irgendwo durch. Ja. Um irgendwas zu holen oder zu machen, was ich so will nicht verstehen. Ich will da unten so ein paar Sachen aufsammeln. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie gefährlich der Weg da unten ist. Ich glaube, der war sackgefährlich. Ich sage ja, unnützes Zeug. Okay, dann bis dann. Okay, dann bis dann.